Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge ist die Aufnahme leider abgebrochen, das tut mir leid, aber die Folge war ja trotzdem lang genug. So, ich hab mich jetzt informiert, wie das hier geht. Und zwar brauchen wir ein Treasure-Kabel. Ich versuch's jetzt einfach mal auf Deutsch hier. Genau, Brasis-Druckröhre. Guck mal, brauchen wir Glas und Stahl. Und dann sollte das theoretisch funktionieren, wir hatten nur halt das falsche Kabel. Ähm, so und, so und dann probieren wir das Ganze halt nochmal. So, wir haben jetzt so viele Kabel, also irgendeins, irgendeins müsste passen eigentlich. Also, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir jetzt schon fast wirklich alle haben. So, hier ist die Druckröhre. Verbindet sich damit jetzt natürlich nicht. Ich muss jetzt hier einmal auf Ausleeren klicken. Und, äh, hier auf überflüssiges Ausleeren. Nee. Nee, Ausleeren war auch falsch. Muss ich das an der Seite so anschließen? Nee. Warum funktioniert das jetzt nicht? Oh, wir haben kaum noch Leben. Dann können wir uns sowieso mal kurz das Essen hier. So. Äh, wie funktioniert das denn jetzt hier? Ja. Gucken wir natürlich hier so ein Tutorial an. Also, das verbindet sich da aber gleich. Äh. Ich hab's gerade überfragt, warum das nicht geht. Da, äh. Ach so, mit Shift. Okay. Ja, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen das mal so. Warum geht das hier? Ah, wahrscheinlich auf der anderen Seite dann, ne? Okay, Moment, Moment, Moment. Ich komm, ich hab's gar nicht. Nee, da kommt ja Wasser rein. Ja, von hinten kommt Strom rein. Äh. Mal ausleeren. Machen wir da mal ausleeren. Das geht jetzt wiederum nicht. Äh. Da geht's gar nicht erst dran. Warte mal, dann brauchen wir vielleicht, ist das für ein Mechanism das? Ja. Da brauchen wir vielleicht das hier. Da dran. Und das ab. Und das hier da dran. Aha. So, jetzt müssen wir das nur irgendwie geschickt hier führen können. Okay, das funktioniert. Das muss jetzt so irgendwie da hin. Das ist dann ja das Rohr. Das können wir ja so machen. Genau, das funktioniert. Jetzt müssen wir das irgendwie von hinten da durchführen. Okay, und dann müsste es aber gehen. Jetzt müssen wir hier einmal kommen wir hier durch. Passt das? Nee, natürlich nicht. Das müssen wir einmal unten rum. So. So. Okay. Äh, dann mache ich das einmal wieder aus und den Timer hier. So. Okay, so. Da müsste jetzt das Gas ja rauskommen. Und das muss da hin. Das heißt, am kürzesten wäre es, glaube ich, wir werden es hier lang führen. So. So, dann in etwa. Okay. Kriegt der jetzt, der kriegt jetzt Wasserstoff. Perfekt. Der kriegt Wasserstoff und Wasser. Ist das richtig? Wasser und Wasserstoff. Da brauchen wir noch Biomasse. Haben wir doch vielleicht was dabei zu überlegen, ey. So, dann bauen wir das hier einmal kurz wieder zu. Das muss ja hier jetzt nicht so offen sein, dass man hier nicht alles sieht. So, okay. Der kriegt dann jetzt also beides. Oh, sieht das kompliziert aus. Da müssen wir kurz ein Foto von machen hier. So, also der kriegt jetzt hier beides. Der braucht jetzt quasi nur noch Biomasse. Okay. Dann gehen wir einmal hier lang. Hier. Und der. Eigentlich können wir ganz nach oben. Genau. Der hat wieder ein bisschen Puffer. Sehr gut. So, das kommt natürlich jetzt wieder als erstes hier rein. Denn die Energieversorgung ist das Wichtigste. Okay, jetzt haben wir auch gar keine Biomasse mehr. Äh. Okay, wir können aber trotzdem einmal kurz bei Krali gucken. Dann kann der in der Zeit ein bisschen Biomasse herstellen. Da müsste dann Ethylen rauskommen. Die läuft jetzt natürlich auch nicht mehr wegen der Biomasse. Das wäre dann das nächste, worum wir uns kümmern müssten. Daraus sollte dann Ethylen rauskommen. Und mit dem Ethylen können wir das andere dann herstellen, glaube ich. Ne, wir müssen noch einen anderen Schritt machen vorher. Ich weiß auch gerade nicht welcher. So. Jetzt wird die ganze Wasserdinger hier. Das ist auch ein bisschen droht. So. 44 haben wir schon mal. Immerhin. So. Äh. Die Wasserdinger. Ja. Packen wir jetzt einfach mal hier rein. So. Ach, Gas. Gas. Dinger können wir auch da reinpacken. So. Jetzt sind wir hier. Und da muss jetzt Biomasse rein. So. Das stellt jetzt die Biomasse her. Low. Da kommt jetzt direkt Substrat raus. So. Substrat. Substrat, Sauerstoff und Liquid Ethylen. Ethylen, Wasserstoff. Kommt es da raus? Ethylen, ja. Alter Fall. Das ist das viele Produktionsgänge. So. Das heißt, das Substrat muss hier rein. Ne. Substrat. Wir brauchen noch eine zweite davon, ne? Kann das sein. Wir müssen jetzt neun haben. Aber der zieht immer zwei ab. Der zieht immer zwei ab für ein Substrat. Das ist aber, äh, nicht wenig, ne? So, warte mal. Was haben wir jetzt hier drin? Wasserstumpf. Aber meine Stimme geht langsam auch den Geist auf. Wasserstoff, Sauerstoff brauchen wir noch und Liquid Ethylen. Das heißt, wir brauchen nochmal eine zweite PRC-Maschine. So, zweite... Ich muss mal kurz das trinken, tut mir leid. So. Eine zweite PRC-Maschine. Äh, oder PCR. Ne. Jetzt braucht die andere. Druckreaktionskamera. Ah. So. Also brauchen wir davon was. Davon was. Davon, davon, davon. Und. Davon. Und. Äh, oder jetzt haben wir schon. So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir fangen mal damit an. Das passt noch alles. Dann. Nächster Schritt. Das haben wir auch. Nächster Schritt. Einmal. Zweimal. Und. Dreimal. So, wir haben alles. Perfekt. So, ein Eisen haben wir jetzt nur noch. Äh, ein Stahl meine ich. Da brauchen wir... Eisen und Kohle. Eisen und Kohle. Kommt die jetzt automatisch nach? Müssen wir ja eigentlich gleich, ne? Ich weiß jetzt nicht. Eisen und Kohle bei der Maschine über uns. So, bei dieser hier. Kohle. und Eisen. So, da kann ich schon mal anfangen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine zweite Druckreaktionskammer. So, die kommt da hin. So, die kommt da hin. Denn wir müssen ja auch irgendwie das Zeug von der anderen dann da reinkriegen. Das war das falsche Rohr, aber wir wissen ja, wo es jetzt hingehört. Äh, wir brauchen ein Basiskabel. So. So, das läuft. Der kriegt Strom. So, hier ist alles voll und wir haben keine Biomasse mehr. Okay. So, dann einmal... Glow. Sauerstoff und Liquid Ethylin. So, dann einmal kurz. Basisdruckhörbe. So. So. So, so. Wir brauchen wohl noch ein paar mehr für... von. Druck. Druck, äh, zwei Stahl, ein Glas. Ja, Stahl, äh, ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich komme jetzt hier nicht rein. Ne, wir sind ja sowieso zu tief. Hier muss ich ja hin. Wollen wir noch einen zweiten machen? Metallurgische Infusionsmaschine. Ai, ai, ai. Hallo, 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 hallo. So. Metallurgische Infusionsmaschine. Ich glaube, da brauchen wir Red... Ne, zwei Stacks auf jeden Fall schon mal nicht. Da brauchen wir Redstone für. Das brauchen wir dafür. Das, das. Joa. Und... Das haben wir schon. Ne, das war die Anreicherungskammer. Metall... 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 So. Metallurgische Infusionsmaschine. Aber wir brauchen noch zwei Öfen. Äh, zwei Stacks war jetzt ein bisschen übertrieben. So, wenn ich jetzt Doppelklick damit mache, dann ist alles drin, genau. Ach, guck mal, haben wir schon alles. Perfekt. Brauchen wir eigentlich gar nichts viel für das Ding. Können wir ja massenhaft bauen. Also, wenn man es braucht, ne. Wo stellen wir die jetzt noch hin? Auf jeden Fall oben. Dann können wir nämlich gleichzeitig... Äh, Eisen machen. Äh, Stahl meine ich. Die können wir ja von mir aus hier hinstellen. Das klingt nach einem guten Plan. Energie ist schon mal voll. War das jetzt... Ne, hier ist nicht... Nicht schlau. Weil... Das kommt ja unten raus. Das Zeug. Das heißt, hier muss unten hin. Aber hier wäre es stylischer. Wir machen es doch hier. So, wir machen es doch hier. So. Äh. So. Okay. Und wir gehen jetzt einen runter. Holen hier jetzt... ...hauen wir jetzt der Kohle ab. Und... ...das Eisen. Können wir hier nicht noch so ein Ding hinbauen? Den können wir nicht hoch. So. Also Kohle und das angereicherte Eisen. Das bleibt dann da drin. Und das können wir dann auch gleich schmelzen. So. Dann können wir unser Jetpack auch kurz mal aufladen hier. So, jetzt haben wir hier die ganzen... ...irgenden drin. Das brauchen wir wahrscheinlich alles noch, ne? Glas können wir uns gleich schon mal holen. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Oh, wir müssen uns hier unbedingt was ausdenken. Ich mache jetzt so eine Klappe hier. Aber das machen wir auch... Ah, ich habe kein Jetpack. Ah, Mann. Aber das machen wir auch in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, dass wir zusammen... ...Minecraft spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer... ...Jan. ... ... Bis zum nächsten Mal.